Wir haben zu Hause ein richtig schönes Märchenbuch mit ganz kunstvollen Bildern und einem tollen Text. Das ganze Buch ist irgendwie schon so märchenhaft. Das mag ich richtig gerne. Die Weihnachtsgeschichte hat auch so was Märchenhaftes. Maria, die Jungfrau, die Reise nach Bethlehem, die Engel singen den Hürden auf dem Feld, ein Kind ist uns geboren, die drei Weisen aus dem Morgenland. Da kommt bei mir so richtig Weihnachtsstimmung auf. Es gibt einen Kinderweihnachtsfilm, den ich in dieser Zeit im Jahr total gerne schaue. Bo und der Weihnachtsstern. Darin geht es um Bo, ein Esel, der sein Leben lang davon träumt, einmal Teil der königlichen Karawane sein zu dürfen. Am Ende geht der Film so aus, dass er Maria trägt, die hochschwanger mit Josef nach Bethlehem reist. Wir erinnern uns an den Esel-Rap. Erst ganz am Ende des Films realisiert Bo, dass er den König, Gottes Sohn, auf seinem Rücken getragen hat, in Marias Bauch. Er war Teil einer königlichen Karawane, nur ganz anders, als er es geplant hatte. Damals ging es bestimmt vielen so. Wer hätte denn gedacht, dass Gottes verheißener Retter als ein kleines, in Windeln gewickeltes Baby auf die Welt kommen würde? In einer Futterkrippe geht es noch unscheinbarer und doch von einem hellen Stern angekündigt, von Engeln besungen, von Weisen beschenkt. Märchenhafte Geschichte, oder? C.S. Lewis hat sich beruflich und leidenschaftlich gern mit Mythen und Sagen beschäftigt. Als er nach und nach von der, wie er sagt, Wahrheit der Existenz Gottes eingeholt wurde, hat ihn das zuerst nicht so gefreut. Er hatte einfach nicht damit gerechnet, in der christlichen Geschichte dem wahren Gott zu begegnen. Später fasst er zusammen, die Geschichte Christi ist einfach ein wahrer Mythos. Ein Mythos, der auf uns so wirkt wie die anderen, aber mit dem enormen Unterschied, dass er sich wirklich zugetragen hat. Bei aller Liebe für das Märchenhafte. Mein Erlöser lag tatsächlich eines Nachts in diesem Stall, als ein kleines Baby. Das später als erwachsener Mann sein Leben hingegeben hat, um die Schuld der Welt zu bezahlen. Das sind keine Inhalte einer interessanten Geschichte. Das ist Geschichte. Geschichtliche Tatsachen, die weit über unsere kleine Welt hinaus strahlen. Diese Ereignisse verändern noch heute, 2000 Jahre später, das Leben von so vielen Menschen weltweit. Die Geburt dieses Kindes hat die Menschheitsgeschichte völlig auf den Kopf gestellt. Für immer. Den Weihnachtszauber genieße ich jedes Jahr aufs Neue. Und meine Knie beuge ich jeden Tag aufs Neue. Vor dem Retter der Welt, dem Erlöser meines Lebens, Jesus Christus. Lasst uns Weihnachten feiern. What a wonderful child. Inrika Potsdam. From France Highlands Meda Beacht Dema